Samus in die Hände! Grüß euch liebe Musikanten, Musikkollegen und Freunde der Blasmusik aus nah und fern. Die Musikarbein Mustaf hat uns nominiert zu der Daheimbleibt-Challenge und wir haben natürlich auch ganz gern mitgemacht. Wie ihr dann auf die Beutel seht, unsere Musikanten sind auch daheim gespielt mit gewissem Abstand und mit Freude. Die Freude kommt momentan ein bisschen zu kurz, muss ich sagen. Es ist nicht ganz leicht mit ihrer Zeit. Kein Auftritt, keine Probe, kein Bierzeit, kein Festl. Es wird hoffentlich recht bald wieder anders. In diesem Sinne, bleibt gesund! Wir sehen uns wieder beim nächsten Bierzeit oder beim nächsten Bierfestl oder beim Marschieren rund um und um. Bleibt gesund und macht es gut! Auf der Seite! Du gehst noch mit einem Ramm! Auf der Seite! Auf der Seite! Auf der Seite! Ich geh alle! Ich geh alle! Ich geh alle! Ich darf heute zwei Musiker wieder nominieren. Das war zum einen die Musiker bei Bromstedt und die Musiker bei Übersee. Führt euch!